Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zu Submerge. Willkommen zurück. Weirder Einstiegspunkt. Wo bin ich denn hier eigentlich? Okay, ich bin schon fast da. Die Hütte, da ist es. Ja, da sehe ich schon was Rötes. Moment, können wir vorher noch was anderes abgasen? Eigentlich schon, ne? Ich würde gerne mal sehen, wie weit es nach dorthin... Nee, nicht Norden. Das ist das Falsche. Nach dorthin. Raus geht. Okay, es sieht nicht so aus, als ob es besonders weit ginge, ne? Die Welt ist hier zu Ende. Gut, lass uns doch mal... lass uns doch mal rumgucken, ob wir noch was... Achso, das ist natürlich das Schiff. Ob wir noch was Interessantes entdecken. Nein, das sieht nicht so aus. Okay. Okay. Ist das nicht irgendwie verdächtig hier? Bestimmt. Vielleicht sehe ich auch einfach noch nicht alles. Ja, da ist gar nichts. Okay, cool. Gut. Bist du sicher, dass hier gar nichts ist? Das sieht doch so aus, als ob da mega... Hey, hallo? Hallo? Drehen? Kurswechsel? Das sieht doch so aus, als ob da mega mäßig was drin ist. Oh, man, 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 man. Kabumm. Nicht kabumm. Da ist absolut gar nichts. Das ist hier nur für schön. Na schön. Okay, wenn das denn so ist... Oh, sorry. Ah, kabumm. Ich fahre um diese Hüte da auch nochmal rum und da kümmern wir uns um die Dinge, äh, die da, die da hinten liegen. Okay, ich glaube, das ist weit genug, ne? Ah, guck an. Aha. Ein Dingelchen. Der Ort der Karte hinzugefügt. Jawohl. Mehr ist hier nicht. Okay, dann lass uns doch die Karte mal angucken. Oh, wir sind schon ziemlich weit nach oben gekommen. Okay. Gut, ich hole mir das Dingelchen und dann steuern wir auf die anderen Sachen zu, okay? Wir müssen uns ja auch noch ein bisschen was aufheben für, naja, später. Summ, 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 summ. Halt, da ist es schon. Wiii. Jawohl. Okay. Da sind wir. Gut. Äh, nicht hier entlang. Hä? Wieso nicht hier entlang? Doch da. Da ist es doch. Wiii. Jawohl, sehr gut. Okay, aber ich fürchte, du wirst auch ein bisschen hier lang strätzen müssen. Hm. Da oben weiter. Okay. Gut, dass dieses ganze rote Blütenzeug hier wächst, ne? Oh. So. Okay, lass uns mal kurz die, die, siehste. Da ist nämlich noch mehr, aber das ist viel zu weit weg. Ja, ja, ja. Vielleicht gibt es etwas, das ich gebrauchen kann. Was kann ich jetzt verbrauchen? Hä? Das ist eine merkwürdige Übersetzung. Macht nix. Hier ist die Hütte. Okay. Alles klar. Wir haben unseren nächsten Punkt. Na ja. So. Das nehme ich erstmal mit und dann segeln wir zurück. Tada. Jawohl. Sehr wohl, sehr wohl. Gibt es hier einen schnelleren Weg runter? Nein. Okay. Gut. Na schön. Dann machen wir es halt eben so. Tada. Tada. Okay. Äh. Nicht. Uh. Und hier runter, runter und dann sind wir auch schon wieder da. Jut. Also. Okay. Wir tukern wieder Richtung Süden. Da können wir einen etwas anderen Weg nehmen, damit wir noch ein wenig mehr von der Karte aufdecken. Das käme mir immer ganz entlegen. Guck mal. Gelegen nicht entlegen. Und da ist tatsächlich was. Aha. Ort zur Karte hinzugefügt. Aber mehr scheint hier erstmal nicht zu sein, ne? Okay. Was ist das da? Einfach nur eine Fernseherantenne, ne? Äh. Lass mal gucken. Wir sind jetzt da. Jaja. Vielleicht noch ein bisschen weiter Richtung. Obwohl. Ne. Brauchen wir gar nicht. Wir können jetzt straight Richtung Süden fahren, ne? Okay. Na gut. Hm. So. Da drüben ist es. Aber hier war doch auch noch eins, ne? Ja. Ich müsste es eigentlich direkt hier entdecken. Etwas im Teich. Oder. Ich sehe keinen Anstiegspunkt. Ne. Da müsste es sein. Hier. Wo ist es? Da drin ist es. Da ist der Anstiegspunkt. Oh. Hey. Kabum. So. Alles klar. und dann hier hoch wird es etwas schon wieder abend das wäre aber naja so mittel wir sind doch gerade erst gestartet da ist es okay noch mehr sonder cool okay runter oh warte das ist eine schöne idee aber nein ich kann mich von da nicht fallen lassen warum nicht ich komme nicht rüber jetzt komme ich darüber okay das war komisch na gut also hier und dann sagst du in der mauer da drüben auch noch was da sehe ich es schon schon blinken ich komme irgendwie nicht vor so hier müsste ich da hoch gehen ach das ist einer der aussichtspunkte dunkles domizil ok krass ist das eins der größeren dinge oder nee noch ein bisschen mehr so da geht es aber noch weiter das scheint tatsächlich als der größere dinge zu sein aber hier muss ich unten ja so da hoch und dann da hoch und dann hier hoch okay lass mal kurz gucken ja wir haben noch drei weitere punkte wenn ich das so richtig sehe da ist nichts mehr hier ist auch nichts da geht es runter gibt es noch einen anderen weg scheinbar nicht aber es gibt mehrere alt können wir erst mal da zur linken seite rüber so er es macht mich nervös wenn du sowas tust ja die andere linke seite ne hier konnte ich jemals den führerschein bestehen so nummer zwei geht es hier noch weiter scheinbar nicht auch hier ist alles wunderbar vermost komm ich noch nach unten nach oben auch nur so mittel hier muss ich hoch ok ja super aber da kommst du gar nicht ach das ist ja blöd also müssen wir von unten gucken ja ganz toll ganz toll und wie hoch die springen kann unglaublich da nein da ist nichts das sieht nur so aus als ob mhm so hier da hat die kletterei erstmal ein ende wow jup ok so hier ähm lass mal gucken ja wir haben noch zwei weitere sachen hier mhm start was hier geht es nicht runter ne ne hä ach dort ja ich sehe schon oh meia ach ne komm bis eben war so schönes wetter was ist denn jetzt wieder los hm warum ach ne und schon fängt es wieder an zu regnen ist ja unglaublich ok Okay, halt, ist da irgendwas dahinter? Nein, ist es nicht. Okay, na gut. Also, dort entlang, sagst du. Aha, keine Türen. Wir gehen wieder nach draußen. Ähm, okay, hier ums Eck, wunderbar. Wir kommen immer höher, 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 aber gleich sind wir hier oben. Hm. Ist das so gut? Ich glaube es nicht. Oh. Na, ich komme nicht höher. Doch jetzt. Okay. Na also, eine Leiter. Hm, nein, 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 ich wollte nur gucken. Na gut. Also, eine Leiter. Oh, das ging doch noch ein ganzes Stück weit nach oben. Da ist eins. Ja, ja, ja. Wie komme ich da hin? Kann ich mich hier durchquetschen? Bedauerlicherweise nicht. Ja, da möchte ich nicht hin. Äh, 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 äh. Okay, hier haben wir dann Nummer eins. Aber das reicht noch nicht. Hm, hm, hm. Den Fehler mache ich nicht nur einmal. Wie komme ich denn zu dem anderen hin? Es müsste an der Wand hinter uns sein. Hier irgendwo. Hier komme ich aber nicht raus. Nee, warte mal, ganz falsch. An der Wand müsste es irgendwo sein. Hä? Hä? Der Pfeil zeigt euch... Da. An der Wand. Okay. Hm. Hm. Wo ist hier was? Da unten? Da ist das Boot. Aber da ist doch nichts. Ist da noch was weiter oben? Es könnte sein, dass wir noch aufs Dach kommen, ne? Hm. Wie kommt... Oh, Moment. Hier ist eine Treppe. Aha. Da. Da ist es doch. Äh. Ja, genau. Ja, 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 ja. Tada. Alles erreicht. Sehr gut. Okay. So. Ja, wir müssen bedauerlicherweise wieder ganz nach oben klettern. Okay, aber lass mich kurz noch mal einen Blick riskieren. Siehste? Da... Okay. Da finden wir nämlich tatsächlich noch ein paar Dinge. Okay. Eins ist nicht ein paar. Lass mich auf der anderen Seite auch noch mal gucken. Aber hier ist... Hier ist nur noch offenes Meer, ne? Nicht, dass ich irgendetwas übersehe. Nein. Okay, alles klar. Dann holen wir uns das Teilchen und kehren direkt nach Hause zurück. Tada! Und? Was haben wir hier? Oh. Hm. Die Wunder für... Nein. Jawohl. Sehr gut. Wird geladen. Mhm. Oh nein, diese Typen. Die sind... Wieso folgen die uns? Hm. Ob die angelockt werden, weil wir auch diese komische grüne Haut bekommen? Mit diesen leuchtenden Stellen? Ja, guck mal. Es breitet sich immer weiter aus. Was ist das nur? Aber ihm geht es immer noch nicht wirklich gut, ne? Hat sie auch grüne Zähne bekommen? Hm. Sie schippern und schippern, erreichen die Stadt und sind dann da drin. Hm. Unser neues Zuhause. Oh. Sie sind hier. Oh oh. Na, nicht anfassen. Nö. Was? Hat sie sich die nur eingebildet? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich muss Takus Infektion aufhalten. Ja. Und deine eigene auch. Guck mal, wie du aussiehst. Du meine Güte. Gut. Es ist noch nicht mal richtig morgen. Na schön. Ähm. Wie machen wir es dann? Hm. Ähm. Hä. Okay. Wir fahren ein bisschen nach Westen. Ich würde gerne diesen Punkt, ich weiß, da sind die nächsten beiden Boxen, aber ich würde gerne diesen grauen Bereich dort erstmal aufdecken. Also. Ähm. Ein bisschen nach Westen. Und dann Richtung Süden. Sum, 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 sum. Vielleicht noch einen Block weiter. Juhu. Reicht das schon? Ja, reicht schon. Okay. So. Dann lass mal gucken. Ist denn hier schon irgendwas Interessantes? Hier sind natürlich so enge Häuserschluchten. Da etwas zu entdecken dürfte schwierig werden. Hm. Mal. Hm. Nichts weiter, ne? Okay. Hm. Ich fahr mal da rum. Das sieht interessant aus. Was ist das? Was war das für ein Geräusch? Das ist nur Holz. Das ist nichts anderes. Nichts komisches. Hm. Okay. Wow. Guck mal. Wow. Das haben wir aber, glaube ich, schon gesehen. Hier ist eine. Hm. Ich lass mich immer wieder davon ablenken. Okay. Hm. Ich drehe mal um. Zur anderen Seite. Hier. Gibt es hier noch etwas zu entdecken? Da, guck mal. Da ist was. Da ist was. Noch eine Verbesserung für das Boot. Aber sonst gar nichts. Okay. Dann lass uns die mal holen. Wo ist es denn? Okay. Hä? Wo ist es denn? Oh. Es ist noch weiter. Merklich. Okay. Ja, ich weiß. Oh, hi. Moin. Hä? Boah, der wirft mich voll zur Seite. Hm. Da ist jetzt gerade was anderes, was mich hier zur Seite wirft. Okay. Hm. So, hier müsste es doch sein, ne? Oh, ich bin schon dran vorbeigefahren. Ich nehme mal die nächste Einfahrt hier. Hier, ich müsste direkt davor stehen. Da ist es. Okay. Noch was in der Nähe? Nein. Da. Okay. Gotcha. So, jetzt fahren wir wieder Richtung Süden, ne? Nee, vielleicht noch ein bisschen... Noch ein bisschen nach Osten... Äh, nach Westen. Oha. Ja. Um diesen Bereich auch aufzudecken. Ja, sehr guter Plan. Sehr guter Plan. Okay. Und von hier aus, da ist nichts Richtung Süden. Ich hätte nur einfach gerne mit diesem Bereich aufgedeckt, wie gesagt. Da ist nichts. Oh. Okay, ich sollte nicht so viel hin und her schauen, während ich das tue. Guck mal, was ist das denn? Was ist das? Das sieht aus wie ein richtiger Berg, ne? Also, wie ein echter... Oh. Wow. Das war beeindruckend. Das sieht aus wie ein richtiger Berg. Kann das sein? Ist das realistisch? Ey. Ich finde es schön, dass du... Dass du mir folgst, aber... Nein. Hm. Oh. Wow. Der ist ganz schön aufdringlich geworden. Wir fahren nach Norden weiter, ne? Gibt es hier gar nichts mehr zu entdecken? Wir haben doch eher nord-westlich. So ein bisschen. Schade. Uh. Hat mir... den Eiffelturm das schon entdeckt? Hier ist aber nichts weiter. Na gut. Also, auf Richtung Eiffelturm. Moment. Müsste hier nicht... Doch, es liegt direkt vor uns. An dieser Hütte hier, ne? Wie komme ich hier hoch? Da. Das sieht doch gut aus. Ja. Lass mich kurz gucken. Da ist nämlich noch etwas. Aha. Ort zur Karte hinzugefügt. Oh, und da ist noch etwas. Im Süden? Ich bin schon dran vorbeigefahren. Warte mal. Das hole ich noch mit. Okay. Rums. Warte mal. Wo war das? Genau dazwischen, ne? Ja. Dort? Dort. Dort. Alles klar. Juhu. Damit fährt mein Boot länger schnell. Naja. Nicht, dass das wichtig wäre, aber okay. Okay. So. Und jetzt hier, ne? Ja. Okay. Du bist Atlas? Atlas-Insel. Atlas-Land. Island. Ne, ist es wirklich Island? Okay. Gut. Da sind wir. Wie viele? 1, 2, 3, 4. Okay. Wieder 4. 4 scheint hier ein Ding zu sein, ne? Oh, außenrum. Okay. Es ist nicht hilfreich. Äh. Wir kommen unten rum und oben rum. Wozu setze ich gerade an? Es ist nicht hilfreich. Da möchte ich gerne hin, aber da müssen wir von oben reinkommen. Hm. Na gut. Kommst du nicht da hoch? Zu blöd. Dass es jetzt dunkel ist. Das geht nicht. Wozu ist das dann da? Irgendwo zu... Naja. Gehen wir also oben rum. Wie? Da oben kommst du nicht ran? Da kommst du nicht ran. Okay. Interessant. Aber ich komme ja doch nicht höher. Hä? Nein, nein, nein. Bleib mal da. Okay. So. Jetzt hoch. Da kommt sie nicht ran. Da kommt sie auch nicht ran. Hä? Hä? Oh, da oben werde ich wohl lang müssen, ne? Ja, ja, ja. Das geht. Okay. Alles klar. So, kurz unten und dann wieder nach oben. Okay. Okay. Hat geklappt. So. Nein, nein, nein. Was machst du denn? Geh doch hoch, bitte. So. Wie komme ich da... Nicht von hier aus komme ich da hin? Okay. Aber hier geht's hoch und da geht's hoch. Hm. Komme ich auch da rüber? Nein. Was war das? Was macht mich nervös? Hier komme ich rum. Ah, okay. Ja, super. Gut. Also, hier runter. Da käme ich auch noch höher. Aber ich möchte erst mal zu diesem Balkon dort unten. Jawohl. Okay, cool. Das hat geklappt. Hier war doch was. Hier war hier nicht was? Warum war hier nichts? Ich hätte schwören können, hier hat was geblinkt. Hä? Okay. Da oben? Hier blinkt etwas. Hä? Das ist alles schon viel zu weit weg, ne? Warum blinkt hier denn nichts? Hm. So. Ist hier denn irgendwas? Hier liegt auch nichts rum. Hm. Okay, hier komme ich rüber, komme ich nicht rüber. Okay, das funktioniert nicht. Gut. Es gibt also auch jede Menge Dead Ends. Das ist doch... Ja, ist okay. Höher. Ich komme zu keiner Seite. Hä? Kann ich mir kaum vorstellen. Da unten ist auch noch was. Wieso komme ich denn hier nicht weiter? Hm. Na schön. Ich muss es wohl einsehen. Das hier war ein Dead End für gar nichts. Okay, also nach oben weiter. Na schön. Aber habe ich mir das denn nur eingebildet? Hier war doch ein... Hier war doch ein... Irgendwas. Hat doch hier geblieben. Da drüben blinkt auf jeden Fall was. So. Und dort komme ich auch hin. Okay. Gut. Ja. Super. Ah. So. Also, das ist unser. Hier geht es auch noch weiter. Okay. Aber hier landen wir doch nur wieder dort. Weiter ist hier nichts. Warte mal. Lass mal kurz gucken, ob da oben... Ach, da kommt sie. Das ist nur der Weg zurück. Nett. Okay. Na ja, schön. Eins von vieren, ne? Warte. So. Gut. Also, da geht es nicht weiter, glaube ich. Ne, oben kommen wir nicht drauf. Das heißt, wir müssen erst mal wieder ein Stück zurück. Hier geht es... Doch, da geht es vielleicht nach oben. Ja. Unten war ich schon, oder? Da sind wir hergekommen. Und ich höre schon wieder das Tüttütt von der Kiste. Aber das ist noch zu früh. Da oben ist die Kiste. Da möchte ich noch nicht hin. Aber da komme ich ja auch noch gar nicht hin. So. Hier. War das der Weg zurück? Oder ist das der Weg hin? Nein, nicht nach oben. Ne. Dort unten war ich da schon? Ja, da unten ist auch noch was. Da unten ist auch noch was. Ich wusste doch, dass ich da was gesehen habe. Ja. Oh. Auf einem der Balkone. Okay. So. Okay. So. Nummer zwei. Oder? Ja, bedauerlicherweise erst nur mal zwei. Okay. Hier wieder zurück. Es gibt also noch zwei weitere Dingelchens. Gut. Hier hoch. Und da hoch. Komme ich da... Uah, pass auf. Okay, so. Da unten nicht. Da sind wir gerade. Da ist nichts weiter. Der ist groß. Oh, hey. Wussten. Ja, die Infektion schreit voran, ne? Naja. Schon klar. Warte mal, wo müssen wir jetzt denn da um? Kommen wir nicht da unten lang? Ist da was? Sehe ich nicht. Also guck doch um. Na schön. So, ich höre es verdächtig piepen. Da piept es. Okay, lass uns mal gucken, wo es noch etwas gibt. Komme ich noch höher? Da komme ich tatsächlich noch höher. Lass mich erst mal hier unten einmal drum rumlaufen. Mhm. Hier ist aber nichts weiter. Fein. Okay. Nein, 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 nein. Das nehmen wir noch nicht. Wir haben noch zwei weitere Sachen zu finden. Okay, so. Gut. Eines dürfte sich hier oben befinden. Hoffentlich. Oh. Durch die... Siehste, da ist eins. Gut. Okay. Komme ich hier auf? Nee. Auf dem Dach ist scheinbar nichts. Lass mich kurz mal gucken. Ähm. Hm. Dort müsste noch was sein, ne? Ich müsste jetzt direkt dort hingucken. Wo ist das? Je, du Ärmste. Hier soll es sein, ne? Boah, wir stehen fast genau drüber. Aber wo ist es denn? Ach ja. Hier ist nichts. Da unten auf dem zweiten Balkon, Balkon, da ist nichts. Hier ist auch nichts, würde ich mal behaupten. Hä? Aber das kann doch gar nicht sein. Hä? Jetzt gucke ich wieder in die andere Richtung. Schon klar. Hier oben drüber? Da oben drauf irgendwie oder so? Wo ist es denn? Hier ist die Palme im Weg. Da unten auch. Ich sehe da gar nichts. Hm. Aber hier komme ich dann nicht hoch. Wäre auch ungeschickt, weil da oben drauf, da ist ja nur das Dach. Hm. Okay. Ich gehe mal runter. Kann ich hier denn noch was? Ey, das sollte ich hier auch erreichen. So, da ist die Kiste. Nee, nicht hier, sondern hier. Ich müsste jetzt ungefähr drauf gucken. Ich sehe es nicht. Da. Wie komme ich da hin? Okay. Wie komme ich dorthin? Es ist noch sehr viel weiter unten. Äh. Na? Also, zwei Ebenen runter, ne? Ja. Ja, 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 ja. Und ich muss auf die andere Seite. Genau. Kriege ich das von hier aus? Nee, nee, nee. Nein. Mach das nicht. Ja. Runter. Runter. Ja, genau. Kann ich hier irgendwo hin? Oh, das kann ich tatsächlich. Oh. Okay. Das ist zwar cool, aber so komme ich doch nicht um das Haus herum. Oder? Da unten? Geht das? Hier? Guck mal, da. Doch, das könnte funktionieren. Doch. Aber ich muss inzwischen wieder ein ganzes Stück weit nach oben. Na? Sie geht nicht um die Ecke. Gehen wir um die Ecke? Ah, ja. Aber ich muss inzwischen schon wieder... Oh, nee, warte. Das war schon richtig ein ganzes Stück höher kommen, ne? So. Da oben. Tatsächlich. Das kann funktionieren. Ah, doch. Das kann funktionieren. Waren wir hier schon? Ey, das kommt mir so bekannt vor. Da ist es. Ha. Jawoll. Alles klar. So, komme ich von hier aus auch nach oben? Da zum Beispiel? Nee, warte, warte, warte. Das war ganz toll. Aber ich würde gerne das da nehmen, wenn es keine Umstände macht. Ja, das sieht gut aus. Oh, halte ich gut fest. Okay. So, und von hier aus jetzt da rüber, ne? Ähm, das geht nicht. Warum nicht? Weil es nur von da unten aus geht. Okay, aber diesen Weg, den müsste sie doch kennen, ne? Nein! Geh mal wieder nach oben, bitte. Hm. So, hier hoch. Ja. Kommst du höher? Du kommst nicht höher. Und hier geht es bedauerlicherweise auch nicht um die Ecke. Aber vielleicht da unten, ne? Kannst du dich fallen lassen? Komm schon, da ist doch auch so ein Absatz. Warum komm ich hier hin? Hm. Gut, also auf jeden Fall kommst du nicht von hier nach da oben, ne? Mist, ich muss mir einen anderen Weg suchen. Okay. Okay. Na, vielleicht dann doch hier unten lang. Ich komm da nicht rüber. Das gibt es ja nicht. Okay, aber welchen Weg? Hä? Ich muss jetzt wirklich wieder zurückgehen? Ist das dein Ernst? Hm. Nein. Hm. Also es muss von hier aus noch einen anderen Weg geben. Ja. Kannst du nicht an den Buchstaben... Du kannst dich nicht an den Buchstaben festhalten. Okay, aber von dort aus ging es doch auch nicht viel weiter höher. Lass uns es noch mal probieren. Hier sind wir gerade doch gewesen. So. Doch, hier? Echt? Aber... Hä? Da geht es nicht weiter. Hier kommen wir nun wieder runter. Hier geht es nicht nach oben. Da drüben würde ich gerne hingehen. Ja, hier geht es nur runter. Das bringt uns jetzt überhaupt nicht weiter. Hm. Komm ich denn irgendwie... ...da drum rum? Das sieht nicht so aus, ne? Nach oben... Hä? Ich raffe es nicht. Das gibt es ja nicht. Das muss doch einen Weg hier zurückgeben. Hä? Wir sind jetzt wieder fast... Ja, weiter bitte. Wir sind jetzt fast ganz unten. Ich finde hier keinen Weg zurück. Tut mir leid. Ich könnte mich fallen lassen und zum Boot hinschwimmen. Aber bei einem Gesuppe, das... Das im Meer liegt... Hier geht es auch nicht weiter. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ey. Okay. Oh Mann. Ja. Und das sieht nicht so aus, als ob das noch lange halten würde. Nein. Okay, weiter. Wir müssen also da oben rum gehen, ja? Cool. Okay, cool. Cool. So, aber wie komme ich denn jetzt... Okay, schön. Jetzt kommen wir von hier aus... Da geht es nicht hoch, ne? Nein. Wie kommen wir denn... Hier geht es auch nicht weiter. Klasse. Okay. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Es muss doch eine Möglichkeit geben, hier rauszukommen. Hier standen wir schon. Da geht es nicht weiter. Komm, ich kann... Und warum kann ich mich hier nicht fallen lassen? Okay. Hier nicht fallen lassen. Doch, jetzt geht... Ach. Hä? Jetzt geht's? Ich habe eben nur nicht den richtigen Pixel erwischt, oder was? Hm. Na toll. Na gut. Nehmen wir das mal so hin, ne? Ja. Gut. Wunderbar. Das machst du ganz klasse. Okay. Du bist aber leider noch nicht fertig, fürchte ich. Da oben geht es hin. Jawohl. Und wir sind fast oben. Wir sind fast da. Juhu. So. Wir... Nein. Was? Also nicht jetzt mal. Gut. Da sind wir. Ah. Hm. Jawohl. Die Infektion stoppen. Hm. Und diese Typen. Hm. Oh, ich hoffe, das bringt alles was. Ich hoffe, wir können ihn retten. Aber er sieht viel besser aus. Guck mal, die... Die Blutergüsse sind schon mal weg. Das ist doch super. Oh je. Oh je. und jetzt was nun ich brauche mal etwas um Taco wieder zu stärken das ist eine schöne Idee Essen und so haben wir schon gefunden an was denkst du, Vitaminprodukte na gut, aber das machen wir erst in der nächsten Folge Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich, tschüss bis gleich, tschüss